Hey Leute, willkommen zurück zu Shenmue. Ich werde kurz speichern. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt hier in dem Barbershop und die gehören auch zu den Dreiklingen, also werden wir mal mit denen interagieren. Ich spreche die Halski. Ich spreche die Halski. Ich spreche die Halski. Halski? Halski? Was ist, du in den Kniemachstern. Der Dachstum. Oh. Es war sehr schwierig. Ich bin ein Chiener, dass ich von der Halski, die ich in den Kniemachstum. Die Halski und die drei Leute, die alle, die Rüüßler sind, werden alle, die Halski, die ich in den Kniemachstum. Was war das Walski? Das war's für heute. Es gab viele Sachen und ich hatte den Laden und habe gesprungen. Jetzt ist es okay? Ich bin in der Susume-Konferenz. Ich bin in der Susume-Konferenz, aber ich bin schon lange im Körper. Was ist das? Ich bin in der Susume-Konferenz und bin in der Sobhutage. Danke. Ich bin in der Susume-Konferenz. Aber ich glaube, hier war doch der Park irgendwo, oder? Sakura-Gahoga-Park. Hey, haben wir gerade irgendwas von Park angezeigt? Oder warte mal, wenn ich von hier komme, ich glaube, da war der Park. Ja. 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 Seeleute für Waren aus Hongkong oder Shanghai wissen vielleicht etwas über die chinesische Mafia. Muss Seeleute finden. Seeleute wo? Okay. Oder haben wir hier irgendwo eine Karte? Ich suche mal eine. Boah, hier ist überall Stau, ey. Überall sind hier irgendwelche Leute, wo ein Ging einlaufen. Ja, das bin auch meistens ich. Hier ist eine Karte, sehr gut. Obwohl, ich brauche gar keine Karte. Hä? Was? Hä? Warte mal. Hey, warte mal! Hauzuki, hast du mir nicht geholfen? Hauzuki! Hauzuki! Warte mal hier! Warte mal hier? Keine Zeit. Warte mal. Warte mal. Das ist nicht so, was ich? Halt! Halt! Dieser Mann! Halt! 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 Ich habe keine Zeit für dich. Ja, ich bin entspannt. Du bist wieder zu mir. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Halt! 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 Seltsame Encounter. Ich habe hier gleich irgendwelche Leute fragen. Kann ich hier einen fragen? Der mit seinem Hotdog Laden. Was ich bitte? Kann ich mal einen Eindruck machen. Ich nehme meine Einzelfdeckung. Ah, ok. Okay. Ich nehme meine Rosa. Ich nehme meine Brat. Ich nehme meine Brat. Ich nehme meine Brat. Ich nehmear berlin. Ich nehme meine Brat. Ich nehme meine Brat. Das stimmt. Ich nehme an. Du wirst. Seeleute gehen nachts in Bars. Ja. Okay, Moment. Ja, ich denke mal, wir müssen einfach mal wieder rumgucken. Boah. Ja, dann bin ich hier lang, hier laufe ich ja weg. Ich kann noch die eine fragen, hier. Harasaki. Ja, das ist okay. Ja. 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 Okay, das ist cool. Wow. Soll man einfach hier so das alte Sega-Game spielen kann? Okay, wie geil... Oh, ich bin tot. Ah, wie geil ist denn das? Oh, warte, ich bin noch da. Aber das ist ja mal mega cool. Weil Shenmue ist auch von Sega. Deswegen gibt es auch das riesige Sega-Gebäude. Oh, scheiße. Naja. Oder warte, stehe ich noch... Ah, okay, ich habe drei Leben. Ready, many more Battle-Scenes. Hä? Oh! Oh Gott, da ist ein Boss-Kampf. Hilfe. Hm. Ich glaube, ich habe dir nicht mal Schaden gemacht. Ich glaube, ich habe ihm nicht mal Schaden gemacht. Hm. Naja. Aber ich glaube, wenn wir sowieso warten müssen, müssen wir sowieso erstmal Sachen machen. Jetzt kann man auch das hier. Das hier. Das wollte ich nicht mal, aber ja, können wir auch machen. Komm, wir haben sowieso noch so viel Geld zum Verbrauchen, also. Okay, QTE. Das heißt wahrscheinlich, dass wir Quick-Time-Events machen müssen. Das heißt, wir sehen uns mal, dass wir jetzt mal wieder kommen müssen. Untertitelung des ZDF, 2020 Sogar ziemlich gut, um dieses Spiel zu üben mit den Kriegern-Events. Hey, was? Ich hab doch nach unten gedrückt. Oder muss ich den... Ah, okay, ich muss die Dinge benutzen. Die Steuerkreuzknöpfe. Die Steuerkreuzknöpfe. Die Steuerkreuzknöpfe. Die Steuerkreuzknöpfe. wir haben noch nie das ist das kommt jetzt was okay es sieht aus als wäre es nachts er davon noch tag gut wir haben drei uhr 38 das heißt es sollte eigentlich gleich nachmittags sein das hier wollte ich aber machen nein ich möchte nicht xiqt 2 machen nein danke jaっぱりやめよう 1x100円か ちょっと遊んでみるか Was mache ich denn? Ich bin so doof. Hä, ich habe noch die Eck gedrückt? Okay, jetzt habe ich die Eck wieder gedrückt. Hätte aber fast den Highscore geschlagen. Das ist ja mal nett. 100 Yen für Musik, okay. Obwohl das ja auch immer nach so viel klingt, aber eigentlich ist das gar nicht so viel. Magical Sound Shower, Hang On. Ist besser als nichts. Ich glaube jetzt haben wir mittlerweile Nachmittag, oder? Sollen wir dann jetzt mal in die Bar gehen? Ich probiere erstmal eine Karte hier. Ja, können wir machen. Okay, wir müssen ganz nach oben. Heißt, wir sind hier halt komplett auf der falschen Seite. Aber es ist ganz nett, was man hier alles machen kann. Vielleicht versuche ich auch irgendwann wieder den Highscore zu schlagen, aber dann wird er wieder nur um Zeit zu überbrücken eben. Und das lohnt sich dann eigentlich am meisten. Aber das ist halt echt cool, dass die Zeit hier wirklich vergeht. Während du hier Sachen machst. Das ist echt verdammt gut gemacht für das, dass das Spiel so alt eigentlich schon ist. In meinen PS2 Zeiten, ne? Closed? Das ist ja nur. Also. Um 17 Uhr öffnet es erst. Wow! Ja, ich bin noch zu früh dran. Wow! Woh! Ja! Na dann? Hm? Ah, komm, wie jetzt schon wieder die Zeit vergangen ist. Wir haben ja jetzt schon 5 Uhr. Weiß ich, wenn es um 6 Uhr, dann können... Aber warte, 5 Uhr hat es doch schon offen, oder nicht? Ich weiß ja gar nicht, wie viel Uhr ich habe. Aber um 17 Uhr macht es auf und um 17 Uhr ist 5. Ja. So doof bin ich nicht. Aber bitte lass mich doch vorbei. Ich bin nicht. Ja, ich habe... Ja, sie habe ich gerade die Lichter an... Ey, pfff! Entschuldigung. Oh, Ryo! Ich habe keine酒, aber ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Danke. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Danke. Tschau! Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr.